Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7, die Chroniken von Tantrien. Wir sind in der dritten Mission der Chroniken, nämlich das Glaubensbündnis. Das war die Mission, die ich selber privat noch nicht fertig gekriegt habe. Ich weiß gar nicht mehr warum, das ist schon eine ganze Weile her. Hier war es, wo König Daniel, der Ältere, sich eins niederließ, um das Königreich Tantrien zu bündeln. Seit diesen Tagen hütet die Universität von Chrysalien genaue Aufzeichnungen von Tantrins Geschichte, sein Wissen und seine technologischen Errungenschaften. Und genau dieses Wissen wird uns helfen, die Doppelkönige zu vernichten. Er nimmt eine epische, questbestimmte Geschichte und lässt die Chrysalien dem Ort von Tantrins Weisheit, die Ordnung, wieder einkehren. Er befreit die Knöster und stellt die Dreieinigkeit Chrysaliens wieder her, um das Vertrauen der Tantrischen Kirche zu gewinnen. Widersetzt euch in den Doppelkönigen und stabilisiert das Chrysalische Land. Betreibt technologisch Fortschritt und schlagt Konradin und Balderus zurück. Schaltet auf dieser weitläufigen Karte mit 30 Sektionen für neue Erfolge frei. Besucht die Universität von Chrysalien, die feste Baldingen, die Kanalisation, das Todesmoor und die antike Bibliothek. Vervollstelle ich eure Wirtschaft durch das königliche Schlachthaus, das Kirchweingelände, die Krypta und die Wassermühle. Ja, in der Krypta können wir Geister sind da dran. Gut, dann starten wir mal. Ich glaube, irgendwas war wir an der Mission damals zu kompliziert, da hatte ich keine richtige Lust drauf. Aber jetzt werden wir ja sehen, wie wir mit der Mission zurechtkommen. Glaubensbündnis Robin, das Glück scheint uns Holz zu sein. Unsere Kundschaften berichten von einer prächtigen Universität in Witten als Sees. Als erbnis des himmlischen Geschicks unserer Mutter, da habe ich mir die Freiheit, mit dem ansässigen Dekan zu sprechen. Dieser bestätigte zugleich meine Vermutung. Wir haben die Chrysalischen Lande betreten. Hier war es, wo König Dahlia der Ältere sich als Niederlesen um das Königreich Tantrien zu gründen. Seit diesen Tagen hütet die Universität von Chrysalen die genaue Aufzeichnung über Dahliaans Geschichte, sein Wissen und seine technologischen Eroken schaffen. Genau dieses Wissen wird uns helfen, die Doppelkönige zu vernichten. Ja, wenn die zwei nicht was dagegen haben, oder? Mein Vater erzählte eins von einem vergessenen Königreich, versteckt unter den Bergen Tantriens. Dieses Königreich dient dem Volk als Zuflucht vor dem Heeren Morans des Geistes Schwachen. Dies ist der einzige Ort, an dem wir unser Quartier ohne Furcht vor den Doppelkönigen aufschlagen können. Wenn es etwas gibt, das uns den Weg zu diesem Königreich weisen kann, dann finden wir es in Chrysalien. Leider scheint es, dass sobald unsere Kontrollen ihn auch vom Vergessenkönigreich erfahren haben. Doppelkönige zeigen plötzlich ins Interesse an Chrysalien und versuchen, die Universität und die ansässigen Siedler einzuschüchtern, um sie für ihre Sache zu gewinnen. Es ist ihnen bereits gelungen, die Städte im Nordwesten und Nordrosten einzunehmen. Jo. Wir dürfen nicht zulassen, dass Chrysalien's Weisheit bald aus dem Kontrollen in die Hände fällt. Wir müssen die Kirche dazu bringen, uns das Wissen anzuvertrauen, bevor sie es dem Drängen der Doppelkönige erliegt. Und ich weiß bereits, wie uns das gelingen wird. Wie es der Zufall will, soll bald ein wichtiges Konzil stattfinden. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, einen so nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen, dass die Kirche uns ihre Hilfe nicht verwehren kann. Wir werden die drei Städte rund um die Chrysalien sie wieder aufbauen und damit die Dreieinigkeit von Chrysalien wieder herstellen. Außerdem werden wir den Kahn Aurelius auf unsere Seite ziehen müssen. Ohne einen Fürsprecher wird uns das Konzilnehmers Gehör schenken. Ich ließ den Kahn wissen, dass er sich mit jedem nicht ein Problem an euch wenden könne. Ja, wir spielen übrigens Rovil in dieser Mission, nicht Dracorian. Universität von Chrysalien Bovind, Tochter Dracorz, ich heiße euch in unserem Land willkommen. Ich bin Aurelius, Dekater der Universität von Chrysalien, ein Schüter der löserlichen Weisheit dieses Landes. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Meine Verzagtheit hat die Wissenschätze dieses Landes in große Gefahr gebracht. Heidnische Horden haben die ländlichen Gebiete um den See überfallen und ich habe nichts dagegen unternommen. Nun versperrt uns diese ungläubigen Zugang zu unseren Klössern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre schmierigen Hände nach unseren Büchern und Technologien ausstrecken. Zu einem Überfluss steht das Konzip von Chrysalien vor der Tür. Wenn mein Glaubensbrüder beim Versag zurückkommt, werden sie mich gewiss exkommunizieren, sodass ich euch nicht weiter unterstützen kann. Mir bleibt also nichts übrig, als mir zu helfen. Manus Manum Lavat Also wahrscheinlich eine hat welche die andere. Wir müssen die Kontrolle über die drei Städte am See gewinnen, wenn wir uns alles Dreieinigkeit wiederherstellen wollen. Ihr müsst die Doktor-Königin besiegen und unser Hauptlager verteidigen. Soweit die Städte unter unserer Kontrolle stehen, müsst ihr sie mit Steinwellen befestigen, damit sie keine leichte Beute für Umbacher werden. Ja. Das Lager der Marodeure vor den Toren des Klosters der Landwirtschaft wird von grimmigen Gestalten mit Pinken und Musketen verteidigt. Diese Warbaren haben jedoch eine Schwäche, Alkohol. Sie haben das Bier aus den Klosterkehren gestohlen und seither sind sie im Rausch. Im Geschicksnissen wäre es, ihre vorübergehende Geistenschwäche zu nutzen, um sie zu bekehren. Das Lager der Marodeure mit seinem fanatischen Kämpfer versperrt uns den Weg ins Kloster des Handwerks. Was ihnen an Kampferfahrung fehlt, macht sich durch große Anzahl von Fanatismus weg. Von Bestechung und Bekehrung rate ich folglich ab. Die einfachste Art, sich dieses Einfaches zu entledigen, ist wohl Gewalt. Mhm. Der Zugang zum Kloster der Wissenschaft wird von einem Lager von der Marodeure versperrt. Es ist mit höchsteren Türmen bestückt und wird von einer Gruppe erfahrenen Kämpfer verteidigt. Ebenso wie ihre fanatischen Mitstreiter lassen sie sich nicht leicht bestechen oder bekehren. Die Leiterung spießt um und besiegt sie in der Schlacht. Das Lager der Marodeure vor dem Bauern des vergrünten Klosters wird von den starken Steintürmen und unzigen Marodeuren beschützt. In diesem Fall soll ich die Bestechung dem Vorzug geben. Der Einfluss des Vergrünen hat den schwachen Geist der Soldaten bereits verdorben und sie für die Verlockung von vergrünten Mützen und die Wehren empfänglich gemacht. So, aber erst mal brauchen wir Wirtschaft. Äh, kein Sägewerk. So, dann ein Förster hier. So, lass die drei Städte an den Ufern des Chrysalssees wieder stehen. Verschafft euch Zugang zu den Klötern, Kloster der Landwirtschaft, Kloster des Handwerksklosters, der Wissenschaftkloster des Okkulten. Stellt die Dreieinigkeit wieder her. Halte die Stadt im Süden, befestigt die Stadt im Süden mit einem Steinwagen. Komme und die Stadt im Nordwesten, aber und die Stadt im Nordosten. Da wird es Eisen geben. Gucken wir erst mal um. Holz und Fisch. Noch mehr Holz und Fisch. Gold und Kohle. Der Richtung. Ja, okay. Dann breiten wir es erst mal in die Richtung aus, würde ich sagen. Und ja, wir können nicht forschen. Sagen wir nicht die Klöster halten. Das gemeine ist, unsere Gegner haben bereits ein bisschen Vorsprung, dadurch dass sie... Ja. Jetzt wird mir gerade das Wort dazu. Vielleicht dass sie mehr Sektoren und Armeen haben. Wobei Armee ist unsere Stärke. Das war falsch. So. So hätte ich das gerne. Ja, das würde mich halt pikulierig kosten, aber sei es drum. Und ja, wir müssen die Stadt. Und die Stadt, die Stadt. Und halt auch die Stadt. Einnehmen. Mit diesem Außenposten, unter eurer Kontrolle, bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Die Bevölkerungsbelohnung. Äh, nehmen wir erst einmal Werkzeuge. Hier nehme ich Gold und Eisen. Da schalte ich das frei. So, da wir hier genug Platz für Farben haben. Ist das so mein nächster Schritt? Ja. Bisschen die Landwirtschaft anzukurbeln. So. 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 Dann wird es auch gleich mal um Weizen. Also Mehl. Mickereien. Brauereien. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Hier nehme ich mal das. Beweckungsbelohnung. Nehmen wir mal das Holz. Die beiden nach ganz vorne bitte. Genau so wie das Ausbauen von diesem Ding hier. Und die zwei Pikiniere ersetzen wir mal auf altmodische Art. Und schaffen mehr Wohnraum. So, die könnten wir bekehren theoretisch. Die müssen wir im Kampf schlagen. Sollte auch kein Problem sein.